Gestand Brian Laundrie seinen Elternmord an Gabby Petito? Hatte er seine Eltern eingeweiht? Gabby Petito und ihr Verlobter Brian Laundrie hatten im August 2021 einen Roadtrip quer durch Amerika gemacht. Die Influencerin kehrte von diesem aber nie zurück. Brian erwirkte sie und gestand den Mord in einem Notizbuch. Im Anschluss beging er Suizid. Gabbys Eltern sind von einem Mitwissen von Bryans Eltern überzeugt. Hatte Brian ihnen seine Tat gestanden? In einem Zivilprozess, der von Gabbys Eltern veranlasst worden war, ließen Chris und Roberta Laundrie den Tag nochmal Revue passieren. Wie Petito berichtet, rief Brian tatsächlich panisch bei ihnen an und sagte, Gabby ist weg. Chris habe jedoch keine Ahnung gehabt, was sein Sohn damit gemeint hatte. Der Anruf soll nach kurzer Zeit schon wieder beendet gewesen sein. Er sagte, er wisse nicht, was er tun solle. Er sagte, kannst du mir helfen, und dass er vielleicht einen Anwalt bräuchte. Er war sehr verzweifelt, erinnert sich Chris. In einem Interview schoss Gabbys Mutter gegen Brian. Bryans Bericht über Gabbys Todesumstände sei eine dreiste Lüge. Genauso war sein Charakter. Selbst in seinen letzten Momenten wollte er sicherstellen, dass er als der Gute dasteht. Das ist doch lächerlich, stichelte Nicole im Today-Interview. Und dann, wenn du siehst, was er in der Gute.